Mein Name ist Charles Vincent, ich bin Präsident vom Verein Museum Rohmühli in Schütz. Der Verein plant die Sanierung des Gebäudes. Das Gebäude ist schon recht alt und braucht jetzt einfach eine Gesamtsanierung. Man hat zwar immer etwas gemacht in den letzten Jahren, seit der Sammlung von Paul Würst. Aber im Großen und Ganzen braucht es eine Gesamtsanierung, weil die kleineren Sachen nicht mehr für die Zukunft. Also auf jeden Fall einmal die Aussenhaut. Hier sind die Wände nicht mehr an allen Orten dicht. Das heisst natürlich, dass es im Winter eiskalt ist und im Sommer heiss. Also wir möchten für die Gegenstände auch besser zu bewahren eine Heizung einbauen. Das ist ein wichtiger Punkt, also Aussenhaut und Heizung. Und dann ein weiterer Punkt natürlich ist die Behindertengerechtigkeit. Hier ist natürlich kein Besuch möglich von einem Mitmenschen in einem Rollstuhl. Und das müssen wir auf jeden Fall machen, dass wir einen behindertgerechten Zugang einrichten können. … Untertitelung des ZDF, 2020